Fortuna Düsseldorf hat in der 2-Punkt-Fußball-Bundesliga wieder den Sprung an die Spitze geschafft Die Rheinländer gewannen beim Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern 3 zu 1, 0 zu 0, und lösten den am Freitag bei Union Berlin 1 zu 0, 1 zu 0, Siegreichen 1 FC Nürnberg als Liga primus ab.Holstein Kiel kam durch eine torlose Nullnummer bei der SPV GG Greuther führt nur zu einem Punktgewinn Im dritten Samstagsspiel trennten sich der MSV Duisburg und der 1. FC Heidenheim 3 zu 3, 1 zu 3 FCK-Kapitän Christoph Moritz hatte die Lauterer in der 48-Punkt-Minute-Per-Full-Elfmeter in Führung gebracht, nachdem zuvor Benito Rahman im eigenen Strafraum Philippen Wehne zu Fall gebracht hatte Ebenfalls vom Punktgelichwinterzugang Genki Haraguchi, 63.Zuführ Fortuna aus.Die Leihgabe von Hertha BSC war zuvor selbst von FCK-Schlussmann Marius Müller gefüllt worden war Müller erhielt zudem die gelb-rote Karte, und musste durch Jan-Uli Sievers ersetzt werden Rahman gelang in der 78-Punkt-Minute das 2 zu 1 für die Fortuna, für den Instand sorgte Lukas Schmitz, 89 Klammer zu Punkt Ohnestraßer, der am Mittwochabend in der Halbzeitpause der später abgebrochenen Partie bei Darmstadt 98 einen schwächer Anfall erlitten hatte, verkauften sich die Gastgeber richtig gut Interimstrainer Hans-Werner Moser konnte mit der Vorstellung seines Teams zufrieden sein, auch wenn Düsseldorf vor 21 739 Zuschauern vor der Pause die besseren Chancen, hatte Punkt Kiel geht im Aufstiegsrennen derweil offenbar die Puste aus Der Aufsteiger blieb bereits im siebten Spiel in Folge ohne Dreierpunkt Während die Störche auf Relegationsplatz 3 weiter vom Aufstieg träumen dürfen, befinden sich die Vierter auf Relegationsplatz 16 weiter mitten im Abstiegskampf Maximilian Thiel, 14. Marc Schnatterer, 33.2 und Dustin Boomheuer, 41.2 Trafen für die Heidenheimern Der MSV, der sechs Heimspiele in Serie ohne Niederlage blieb, holte dank eines Doppelpacks von Kapitän Käfin Wolze, 27 Komma, 50. Klammer zu und einem Tor von Kingsley Onoekbu, 90. Klammer zu nach einem 1 zu 3 Rückstand noch einen Punkt 2. Bundesliga. Fortuna übernimmt Spitze, Duisburg holt noch ein 3 zu 3, bewerte diesen Beitrag, bewerte diesen Beitrag 2. Bundesliga. Fortuna übernimmt Spitze, Duisburg holt noch ein 3 zu 3, bewerte diesen Beitrag, bewerte diesen Beitrag, bewerte diesen Beitrag 2. Bundesliga. Fortuna übernimmt Spitze, Duisburg holt noch ein 3 zu 3, bewerte diesen Beitrag.